Und da ist der nächste Ladebildschirm. Eieiei, wie er grunzt! Was? Achso, Flüche fallen am Ende immer wieder auf die Zeug. Was? Ich werde nicht sterben. Ich werde immer wieder auf die Zeug. Das Land ist ein spezielles Ort. Ich habe nur die Einwanderung. Ich werde immer die Einwanderung. Ich werde immer die Einwanderung. Ich werde immer die Einwanderung. Ich habe das große Verletzungen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so sehr, was ich. Ich und ich, die ich nicht glauben, ist das andere. Was? Ich glaube, dass ich das Verletzungen verletze. Ich habe das Gefühl, dass ich das Verletzungen verletze. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so sehr, was ich nicht so sehr verletze. しかも 俺の日にお前に託したぞ じゃない Die Tür. Bäm. Aber Tommy gerade hat einfach nur Bäm gesagt. Wie eh und je. Im Endeffekt ist jetzt eigentlich noch sein Kopf unten in der Gasse verschrotet oder sowas. also unten drunter liegt jetzt also unten liegt es nur seinen Kopf und die ganzen Rehe und Hirsche und Kanickel sind jetzt da und bewachen das ganze sozusagen jedenfalls so in der Serie ja Das ist sicher. Das ist jetzt 5-1. Herr Akashi. Hm? Das ist sicher, dass Teamwork ist wichtig. Aber ich möchte jetzt einen anderen Weg über die gefährlichen橋. Ich muss mich nicht nachher hinweisen. Ich bin immer noch nicht so. Er kann ja ruhig mitkämpfen, aber wenigstens die Unterstützung und sowas annehmen. Ich kann nicht mehr so etwas auszutauschen. Yamato, wie war es? Kakashi-Sempai ist noch nicht gesehen, nicht wahr? Jetzt ist es... Es ist eine Entscheidung. Geh, Naruto. Geh! Hidane. War Kakuso? Ne, das war Hidane, ne? Zeig doch mal. Steht da nicht. Jawohl. Ich glaube, das war Hidane. Kakuso und Kakuso war ja der andere jetzt da. Oder? Ich hab's vergessen, es tut mir so leid, Leute. Ich bin so schlecht. Steinigt mich nicht. Es wird über dieses Jutsu und erwachen nicht einsetzbar gegen Gegner Immun, gegen alle negative Statuseffekte. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Genau das wollte ich eigentlich machen. Aber irgendwie hat er nur das Spring aktiviert. Und schon konnte ich hier alles vergessen. Scheiße, direkt daneben. Gibt's doch nicht. Echt Arsch angehalten, oder was? Du wirst nicht davon können. Oh, scheiße. Diesmal nutze ich das hier. Ausweichen. 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 Das war scheiße. Ey, wieso kriegt man bei sowas nur einen Stern, Alter? Boom. Feuer ist mir scheißegal, Alter. Ich bin Feuer. Feuer. Das hätte nichts bringen, Alter. So, jetzt komm her. Du wirst mir nicht mehr abhauen können. Ich dachte, er würde irgendwas machen, Alter. Komm her jetzt und hör auf, auszuweichen. Mit was, ne? Scheiße. Was zum Fick soll das denn? Naruto gegen Kakuzo. Nähere dich, Kakuzo, und greife einen an. Achte dabei auf ihn und seinen Tentakel. Distanzangriffe bringen nicht viel. Versuche schnell heranzukommen und setze dann Luft-Kombos ein. Wow, das war knapp. Scheiße. Alter, wie soll ich das denn machen jetzt? Fick dich! Alter! What the fuck? Jetzt hab ich dich. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Das wirst du nicht schaffen! Du kommst hier nicht weg. Das kannst du glauben, Alter. Ich lass dich nicht mehr durch. Komm her! Ist mir scheißegal! Scheiße! Alter, wieso kann ich nicht mitnehmen? Nein, ausweichen! Weg! Weg! Okay. Und was denn? Okay, in mir... Oh, so fuck it! Fuck it! Steh auf! Was ist das jetzt? Ey, das find ich... Das find ich doof, ey. Hör doch mal auf, zu ihm zu springen zu wollen. Okay, den konnten wir ausweichen. Oh nein. Alter, das... Das find ich doof. Du willst... Du willst abhauen und der springt dann ausgerechnet da hin, ne? Wo du überhaupt nicht hin willst. Komm mir jetzt her! Ich hab keinen Bock auf den Scheiß hier! Komm schon, komm schon! Scheiße, ich kann nichts machen! Alter! Hör doch mal auf, zu ihm zu springen, du blöder Hammel! Das Kampf wird zu anzeigen, wiederholen. Kontrollpunkt, fuck it! Komm her, 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 komm her! Alter, wir haben kaum noch Energie, Alter! Okay, ich brauche Verteidigung. Mann, der springt nicht hoch! Nein, er springt nämlich dann zu ihm! Ich muss noch viel zu viel machen, Alter! Ich kann noch leben! Okay, das hab ich irgendwie geschafft! Okay, dann könnt ihr auch ausweichen. Oh, ich bin nur ausgewichen, ich verirre! Nein, 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 hör doch mal auf, hier erstmal zu ihm zu springen, du hässlicher Spacken! Oh, das ist doch nicht zu fassen, Alter! Scheiße, wir haben auch kaum Verteidigungspillen! Okay! Gut! Das haben wir geschafft! Was kommt jetzt? Okay, das geht so! Okay, gut, den kann ich so ausweichen! Alles klar! Hab ich verstanden! Komm her! Ach, du hässlicher Spass! Das ist doch nicht dein Ernst! Wiederholen! Leck mich am Arsch! Das akzeptiere ich jetzt echt nicht! Was für ein Bullshit ist das denn jetzt? Oh, jetzt musst du den ganzen Kampf machen, oder was? Sorry, Leute! Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst! Oh, da krieg ich schon wieder! Krätze krieg ich grad wieder! Ja, ja, jetzt hör auf zu labern! Na ja, komm! So, komm her! Ja, wir dürfen kaum Leben verlieren! Das haben wir ein dickes Problem! Daher werde ich mal schnell hier eine Angriffspille nehmen, damit das schnell vorwärts kommt hier! Scheißegal! Scheißegal! Ausweichen! 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 Das haben wir auch hingekriegt! Was war das denn? Ausweichen! Alter, mach's doch einfach! Okay! Oh, fuck it! Alter! Wow, das war gut! Und weg damit! Phrasen! So, sind wir wieder bei dem!